Jetzt sind wir zum Boot runtergelaufen, konnten wir das natürlich machen und haben unten schon mal ein Ticket gekauft. Boah, jetzt sieht es ja echt gut aus. Ich glaube, die habe ich gestanden. Ich glaube, die habe ich gestanden. Ich glaube, die Reine sind alle Kapuzei gefahren. Gar nichts. Ich glaube, die Reine sind alle Kapuzei gefahren. Das sind halt auch keine Ferien mehr. Ich wüsste jetzt nicht, dass sie noch Ferien sind. Ja, aber die kommen doch alle zum Beispiel. Ja, aber ich meine, das sind so Urlauber. Von mir. Das sind so Urlauber fliegen, glaube ich, nicht viele da. Also, wo wir nichts fatschen. Weil, wo ich das letzte Mal gebunden stand, die Leute, die dort hier anstanden, das waren auch keine Feierleute. Ja? Ja, und schon. Die meisten werden wahrscheinlich dann auch die Italiener schon Donnerstag, Freitag dann mit abrücken. Ja. Weiter können wir zeigen. Da reisen auch schon Kontakt an. Ja. Ausverkauft. Ausverkauft war es ja nicht. Demnächst recht verbieten. Das ist immer noch nicht ausverkauft, gell? Das stand immer noch fast krafteln. Nein. War das ausverkauft? Nein. 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 Da standen jetzt ja ungefähr ungefähr. Vielen Dank.